Wir sind das Produkt der Albträume. Wir haben den Windfisch in Tiefschlaf versetzt, um die Herrscher dieser Traumwelt zu werden. Und solange der alte Windfisch schläft, wird die Insel nie verschwinden. Wenn du nicht gekommen wärst, wir hätten hier für immer die Macht gehabt. Aber wer weiß, noch hast du uns nicht besiegt. Bist du bereit? Ist man das je? Stirb! Sicherere Entfernung. Okay, jetzt gibt's verschiedene Formen von den Albträumen. Ähm, hallo? Ah. Okay. Die man besiegen muss. Wenn's noch... Das allererste Mal, als ich das gespielt hab... Oh, verdammt. Hab ich mir wahnsinnig schwer getan, aber das ist jetzt inzwischen schon 10 Jahre her. Ich hoffe mal, ich hab inzwischen mehr geschickt. Von den anderen Zelda-Teilen. Schade ich dem überhaupt? Ich glaube ja nicht. Vielleicht brauch ich irgendwas anderes. Keine Ahnung. Will ich das mit anzünden? Ich weiß nicht. Irgendwie hab ich nicht so das Gefühl, wenn ich mal Pulver drauf streue. Ah. Okay. Das hat was bewirkt. Hm. Hey. Stirb! Ha! Das war sogar das Richtige. Okay. Äh. Gib mir mal das Schild. Hehehehe. So. Das Typische. Ah. Ich muss näher hin. Okay. Gut zu wissen. Wow. Hat der mich gebrochen? nicht gedisst. So. Ta ta ta. Ah. Fies. Ja. Das ist nämlich schon fast zu knapp. Yeah. Haha. Kill. Nächster Albtraum. Nein. Komm schon. Nein. So. Sehr schön. Das heißt nochmal 3, glaub ich. Uah. Oh. Ähm. Wie ging denn der nochmal? Shit. Ähm. Okay. Ich brauch irgendwas anderes. Hm. Weiß nicht. Ramen? Ramen. Ja. Ramen. 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 Doink. So, jetzt so. Kill. Wow, 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 es geht. Wo, 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 wo. Hah! Okay, zählt. Was ist denn das? Was ist das? Ah, springen, springen, springen! Ah, ich glaub' ich weiß, was es geht. das ist so du willst mich doch sehen komm schon du willst es doch auch komm schon ah fies ist immer so synchron so so verdammt komm schon komm schon ja ach das war schon die insel löst sich auf unsere welt verschwindet unsere welt unsere welt ich habe mich noch mal dran gebraucht link du hast alle albträume besiegt steige die leiter nach oben komm leiter ah da so so und wer ist jetzt hier die eule herzlichen glückwunsch ich wusste wenn es jemand schaffen kann dann nur du link alle albträume sind besiegt tier als teil der seele des windfisches war es mein auftrag diese welt zu bewachen aber eines tages drangen die albträume diese welt ein und terrorisierten die bewohner dann kamst du link um die insel zu retten ich hatte stets vertrauen in deine kraft deinen mut und deine weisheit link nun ist das werk vollbracht gleich wird der windfisch aufwachen auf wiedersehen der windfisch schaut irgendwie müde aus er hat sie gerade aufgewacht ich bin der windfisch lange war mein schlaf im traum ein ei erschienen mit einer insel drumherum da waren tiere und menschen aber jeder traum ist einmal zu ende und wenn ich ganz wach bin wird die insel kukulint verschwunden sein in deinem gedächtnis aber wird sie immer weiter leben eines tages erinnerst du dich an kukulint und denkst es war gar kein traum komm link lass uns gemeinsam aufwachen spiel die acht instrumente spiel das lied des erwachens lade des windfisches spiel die acht spiel Kokolint. Verschwunden. Oh nein! Ah, die Sonne, sie blendet. Mach das Licht aus. Tja. Das Spiel heißt nicht umsonst, Link's Awakening. Der Windfisch. Vielleicht war es doch kein Traum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was ich demnächst vorher habe, habe ich ja schon gesagt. Ich möchte ein neues Zelda anfangen, weil ich die Spiele eigentlich recht klasse finde. Und vor allem Ocarina of Time möchte ich spielen. Weil das ist für mich die Mutter aller Zelda-Spiele. Das muss man einfach gezockt haben. Und da ich es letztes Mal wieder rausgekramt habe und ein bisschen angespielt habe, habe ich richtig Lust bekommen, das wieder zu machen. Und habe mir gedacht, das verbinde ich gleich mit meinem neuen Let's Play. Also werden wir es vermutlich da sehen. Falls es funktioniert, ansonsten mit... Na, Oracle of Ages. Nein, nicht Ages. Seasons. Obwohl, Oracle of Ages könnte ich demnach dann auch spielen, wenn ich Seasons mache. Weil es ist... Ein Pendant dazu. Ähm... Ja... In dem... Ja, lass ich das jetzt noch... Doch, ich lass das jetzt noch ablaufen. Zumindest den Windfisch noch. Okay... In dem Sinne würde ich sagen... Auf Wiedersehen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns vermutlich beim nächsten Mal, wenn ihr dann weiterschauen wollt. Auf Wiedersehen. kung Damai.. Kann das noch laufen prisch? Ja...